Hallo Freunde, mein News-Video-Kanal. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Forsaken World. Alles korrekt. Wir starten in der Dämmerungsziehelle. Der Bedeutort wird einen Stchsel moment bis zum Lauen, Schauspiel, firmes Stück und Doppelgericht. Ja, man bekommt ja auch Tolle Belohnung Was man alles mitnehmen kann Ansonsten Was man schon kostenlos kriegt Warum sollte man es nicht mitnehmen Amen So, da sind wir wieder Und da Ist auch schon Ein Fragezeichen Was man schon kostenlos Ja, wir wollen ja ein paar Questen machen, damit wir schnell vorankommen wir reisen mal hin und her die 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 Nicht genügend Platz in der Tasche war ja klar. Bleib mal Platz machen bisschen. Amen. Amen. Ach, da ist so eine Quest. Scharf. Ja, mal gucken, was wir hier alles noch machen können. Was schönes, abenteuermäßiges. So, dann bringen wir erstmal ein paar Sachen wieder ins Lager, damit die Tasche nicht ganz so voll wird. Okay. 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 So, mal gucken, ob wir das trinken können. Aber, hallo. So, mal gucken. 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 So, mal gucken wir ein paar Questen, die wir noch kurz machen müssen. Wir reisen. So, mal gucken. So, mal gucken. So, mal gucken. So, mal gucken. Untertitelung des ZDF, 2020